da geht es nicht weiter wo es muss irgendwo nest sein wo ich hier dann rein oder ist die hier komme ich rein nach dem druck was denn wer denn wo denn was denn habe ich aber genug hier warum hat er sich gerade gebildet ich habe doch auf zeitanhalt gestellt oder nicht wage ich mich zu erinnern hat ja nicht so gut geklappt oder ich bin verrutscht das kann auch sein weiß man nicht so toll ja war jetzt auch sehr schlau das wegzufressen obwohl ich voll aufgeladen bin geht weg misstige kackviecher blöde zeitung mechanische soldaten versteigert auf einer von kirin jindos abgehaltenen auktion versteigerte der großerfinder zwei seiner neuesten apparate fabelhafte mechanische soldaten die man so noch nie zuvor gesehen hat die mechanische wunder erzielten nach einem harten bieterkampf einen erstaunlich hohen preis jetzt kann die wohlhabende schicht sich und ihre besitztümer mit unvergleichlicher kraft und in außergewöhnlichen stil schützen vor dieser aktion genossen nur personen wie herzog luca abele und in letzter zeit auch unsere neue kaiserin einen derartigen schutz im rahmen einer von den genialen naturphilosophen selbst organisierten vorführung konnte ich mich davon überzeugen wozu seine mechanischen soldaten imstande sind wehe jedem eindringling oder schurken der ihren weg kreuzt ich wage zu behaupten dass kirin jindos eine möglichkeit gefunden hat kriminalität ein für allemal abzuschaffen Wilhelmshaven ist Ostfriesland habe nachgeguckt wieder was neues gelernt besserwisser kann keiner leiden aber macht nichts draus ich bin auch einer gut okay gehört doch zu Ostfriesland Mensch hätte ich nicht gedacht war mir aber auch bis dato egal dunkles brot mhm 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 hallo mhm 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 m noch was fliegt ihr nach hin naja elegant hat hackfleisch gemacht gehört die wohnung hier naja also das zeit anhalten ist super oder zumindest verlangsam ich liebe fischbrüchen ich bin an der küste auch groß geworden nicht hier sondern woanders aber ich bin groß geworden an der küste und fischbrüchen fang jetzt nicht an von essen zu reden sonst krieg ich hunger und das wird gleich eine pause machen muss ich was fressen historiker douglas haw wickles die herzogin in grün viel ist über theodanes abele und seine söhne geschrieben wurden aber auf ihre eigenen auf ihre eigene stille art hat herzogin kelles abele einen unvergesslichen beitrag zu serkonos geleistet als kunst sammlerin hat sie das gemälde radanes abeles in kongruenz mit der zeit bei anton zokulow in auftrag gegeben als hommage an ihren verstorbenen sohn radanes der während seines studiums im ausland von einem verwirrten straßenschurken getötet wurde herzogin abele war auch architektin und beschäftigte sich mit vielen projekten so etwa mit dem bau eines hauses für die weisen der seefahrer akademie oder dem verlegen des marmorbodens im herzogspalast der marmor war ein geschenk der verstorbenen kaiserin jessamine coldwin die den stein aus den klippen von red moore brechen ließ die herzogliche residenz wurde jedoch abgerissen um platz für den neuen palast zu schaffen den luca abele in auftrag gab im wesentlichen gegen alle kunstwerke und schätze aus der alten residenz verloren oder wurden zerstört kalas lebte sehr zurückgezogen und ließ sich nur selten in der öffentlichkeit blicken sie starb in ihrem siebenundfünfzigsten lebensjahr nach einem tragsturz von einem balkon ja dieser wie heißt er wo steht er luca abele ist ja ein sehr sympathischer junger mann und ich bin jetzt nicht so der typ der morgens aufstehen sagt jo heute ziehe ich mal noch nur der neu war gibt es hier noch dinge toll jetzt habe ich hunger großartig einfach großartig hier schon und der hat was mit ihm der hoffert oder die man für sich diese noch mehr natürlich nicht da man hat alle alter das verbraucht aber im flug viel mana oder was auch immer das ist eine rühnelein klobos ist jetzt war es nur ruse jeden bloß nicht sehen muss ich drehen kann ich nichts für alter folge gibt es hier noch war ich denn so und nicht überhaupt so wie habe ich jetzt alles abgesucht glaube ich denke ich jetzt geht es nur weiter hoch ach so ich hab's ja nichts mehr und sonst gibt es ja auch nichts mehr jetzt haben noch ein knochen artefakt verderbender weise und dann haben wir es auch schon und das wäre da drin wo noch mehr blutfliegen sind juch hey condemned youtube infestation er leitet da irgendwie netto wurde der macht das irgendwie die pasche das klingt so der wies nicht was er tut aber er machte irgendwie war hey freunde ich brauche man schon wieder ich mach zu viel zeit verlangsamen sind die grüße noch jemand nein gut wir fangen lassen ach hätte ich damit auch machen könnte ich muss noch mal wieder denken gegen brennbaren fuße zu verwenden alle bild jindos 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 erwiegt einen ungeraden zähler äh das habe ich sofort gesehen auf dem ersten blick hier da dick im auge hier weißt du hier ungerade zähler und so verzehrte silhouette was tut es denn schon wieder falsch gedrückt das passiert mir öfter ausreichung klogen dann drücke ich mal richtig gegner schießen häufig ganz leere du bist für deine gegner besser sichtbar ja brauche ich nicht ich kann schüsse abwehren ich bin nämlich ein meister meines fachs meister meines fachs auch wenn ich nicht weiß was mein fach ist aber ich bin meister davon haben wir es denn jetzt ich glaube wohl ne clock ist hier china mehr sind hier sonst noch dinge da könnte man noch hin kann ich so da muss ich hin alter voll das haus eh was ist los mit dem jungen zum glück nicht übertrieben oder so schwer gleich kein mann haben hier ich bräuchte mal ein mahrtränkelein hier ruckelt es auch schon wieder und sobald es ruckelt wird es unscharf die ist ja ungeil war hier bin ich gerade durchgekommen da hat ein baum der pleitegeier dies hat der hammer ja eigentlich nicht sonst gibt es hier keine dinge mehr oder wofür denn die schienen die führen da unten in den in den dingens wir können da jetzt so rüber zoppeln aber ich glaube wir können uns auch über beamen weil der folgende teil der drinnen passiert den kenne ich tatsächlich auch schon alter ist die steuerung schnell was los ich kann da gar nicht so drüber toll dafür zum beispiel ein wiegelein da müssen wir nur rüberkommen fenglas beenden ich beende das fenglas da könnten wir rüber springen oder da können wir springen also es geht auf jeden fall aber ist glaube ich nicht notwendig ne also gar nicht ich denke mal wir nehmen glaube ich den karren damit natürlich wieder alles ausgemerzt hier mit stumpf und stil obwohl die paar haben überlebt ne ein paar schlafen ja nur ja weiß ich nicht also schön hier ist ein bisschen flach tatsächlich ich bin da ein bisschen bergeres gewohnt da wo ich ja kommen gibt es ein paar mehr höhlen ist dann aber immer wieder eine schöne abwechslung wenn ich dann mal richtung heimat unterwegs bin jetzt die woche war ich ja beruflich magdeburg auf der ecke da habe ich ja auch verwandtschaft bucke die weise und da zählt ja mit zu meiner heimat auch wenn ich ein bisschen weiter nördlich groß gewonnen bin aber nichtsdestotrotz aber das dann halt wieder schön anzusehen wenn ich dann da bin mensch jetzt fährst du auf der autobahn berg runter und berg hoch ist ein traum das ist super weil hier ist es wirklich sehr flach zum maschinenhaus zur unteren im oberen ja maschinenhaus würde ich sagen jetzt finden da noch also fang es am stream aber es findet ja noch da bin ich also ich auch aber irgendwie ist da noch unterwegs gleich mitbekommen müsste allgemein gleich mal ein kleines pause ein machen weil die macht ja folge ist auch schon wieder überfällig wie jeden samstag und dann kann ich mir nur kurz ein kleines stück kalte pizza reinschmeißen und dann können wir auch gleich weiter machen ich gehe nur eben vors türelein komme ich hier anders rein ich werde wahrscheinlich auch der einzigste gleich im ich sollte vielleicht speichern das ist glaube ich eine gute idee bevor ich gleich in den tod stürze okay hier komme ich nicht durch ich werde wahrscheinlich sobald wir das haus betreten werde ich wahrscheinlich der einzige der keinen beschissenen hebel zieht weil ich kenne es ja leider schon ich kenne leute wie djindosh gestörte kinder die katzen aufschneiden um mal rein zu sehen wieso kennst du solche leute eine pause machen wäre gut ja sehe ich auch so ich müsste nämlich auch mal die keramik aussuchen deswegen habe ich keine ahnung wie ich das später schneide aber werden wir sehen wir machen ein kurzes pause rein und sehen uns gleich wieder und ich halte kurz die fresse um zu sehen wo ich schneiden muss bis gleich hier